Santiago mit Klickkapsel im Zigarettenfilter sorgen für ein spontanes, frisches Gefühl. Durch einfaches Zusammendrücken wird das frische Minzaroma entfaltet. Die preiswerten Klick-Zigarettenhülsen sind eine empfehlenswerte Alternative zu den teuren Giese-Klick-Filterhülsen. Die Santiago-Klick-Filterhülsen sind mit jeder Zigarettenmaschine, die wir anbieten, kompatibel. Wie all unsere Hülsen sind auch diese aus dünnem Papier in besserer Qualität hergestellt und sind erhältlich im Fünferpack A200 Stück.